Ready when you are? Klappe die Erste. Schiene, Blende? Blende. Folgenden Q&A folgen, wie kann man denn sowas Bescheuertes sagen? Grüß dich, hier vor dem Mic ist der Abolela. So, selbe Stelle, selbe Welle, herzlich willkommen beim Abolela. Der Anfang war so gut. Okay, gut, habe ich es nicht verstanden. Du weißt, einmal entfernt war ich dem Abolela. Wirkung von Sprache. Oh, das war gerade so gut. Grüß dich, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Dudoki Q&A. Und ich bin, naja, ich denke, ich sage es jetzt einfach mal. Ich bin Batman. Ich habe einen Namen. Tarek Abolela, Abolela W. Müller von der Dudoki GmbH. Hi. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge. Nee. Nein. Was? Ich bringe euch Frieden. So, haben wir den gemacht. Zack. Ich bin Tarek Abolela von der Abolela GmbH und zusätzlich von der Dudoki GmbH. Und ich bin halt Multi-Unternehmer und da kann man schon mal durcheinander kommen. Sag, dass das jetzt geplant war. Nee. Bis ich bezüglich eines Angebots nachfasse. Peter, was machst du? Wer kann? Wer kann? Ja, aber dann machst du so. Weißt du, ich rede und du machst so. Vereinbarung. Ich fang nochmal an. Ja. Genau so. Weißt du, was soll ich in der Musik, da muss ich so grinsen, wenn du das machst. Der hat in meine Augen gehen auf jeden Fall zu dir rüber, wenn du so machst. Grüß dich. Ich bin's. Von Dudoki. Da mach meine Augen gleich. So, ich mach Hashtag bestfilmer. Ich bin Tarek Abolela von der Dudoki GmbH und frage mich gerade, wie oft ich eigentlich noch sagen muss, wer ich bin und langsam solltest du es ja wissen. Kann ich jetzt nochmal? Na gut. Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von Dudoki Q&A. Wir haben eine ganz spannende Frage gekriegt und ich heiße übrigens Tarek Abolela von der Dudoki GmbH. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwo ein Unternehmen einer sitzt, der das ändern kann. Das ist doch das für ein Tee. Ja. Schön, dass Sie hier reinschauen. Herzlich Willkommen bei der Dudoki GmbH. Nein. Ja, ich weiß.